aus den klamotten ist in der folge das klar bessere team nur fünf minuten später der junge julian het war auf stoppelkamp aufgepasst moritz stoppelkamp ein wunderschöner treffer zum ausgleich fünfter saison treffer für den kapitän het war heute in der startformation buhadous verletzt ademi nur auf der bank bereitet das ganze schön vor und der kapitän vollendet sehenswert alle spiele der dritten liga live bei magenta sport